so hat gefühlt wohin führt uns unser weg jetzt ich glaube ich komme nicht noch mal auf weltkarte oder ok dann werde ich wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen schneiden ja werde ich machen so 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 der finnisch die gott voll im modernen klamotten an so erfolgt nicht mehr geboren für den strand so ist das mal die beiden sehen so sind sie just like Tara and this one he's a spitting image of Ben one of you might be special enough hey you two mind telling me your names? I'm Sora and you? Riku someone has already passed this boy the power was it Tara? Sora, do you like Riku? of course I like him he's my best friend good so then if something happens and Riku is about to get lost or say he starts wandering down a dark path alone you make sure to stay with him and keep him safe that's your job, Sora and I'm counting on you to do it, okay? was das angeht, ja auf dem weg dahin gab es ein paar probleme aber mittlerweile ja das gerade passiert warum führen alle wege hier auf diese insel zurück was bedeutet eigentlich dieses zeichen der mitte? das haben aqua, terra und ventes auch überall an ihren körperten an ihren kleidung wie so ein bisschen aus wie hat herzlosen emblem nur halt mit kreuzrunden das sieht auch ein bisschen aus wie hat niemanden niemand emblem ich kann es nicht so beschreiben mit kreuzrunden hat das hat wird mittlerweile müsste ich schon längst geschnitten haben oder so ich habe keine zeit hier im bad kurz zu unterbrechen also tun wir alles an ein stück aufnehmen ihr werdet alles hat gesplittert in zwei parts irgendwie sehen gute idee ja ne gut finde ich auch das ist mal dahin so ich weiß nicht ob bei jens jetzt zum gegner auftauchen deswegen tun wir uns mal den dingst ausrüsten ja ja regensturm ich erlaube ich genauso stark wird hell in dem leben ist und auch genau viel magie hat ausgezeichnet kann man dass die schatten springen ja ja genau und hier sind auch kurz davor gut etwa weiter geht es zum mystischen turn machen wir noch das und dem weg bis zum finalen endkampf also der schlüssel schwert friedhof wo spoiler wir gleich hingehen werden jetzt diesen ort eigentlich wirklich diesen mysteriös tower diesen mystischen turm in irgendein film oder so fantasia würde mich mal interessieren bei jens gibt es ja der kam in fantasia glaube ich vor oder der kleine lehrling irgendwie so kleine zauberlehrling oder so ist der film micky in seinen hallo ein zauberer hut und soweit alles vor weil sie konnte jetzt natürlich keine kommandos also hochleveln auf screen weil ich eine auf zeit hatte ausgehen zu gehen was er hat noch mal haben warum sich die gegner übrigens schwächer als im nimmerland ag impuls 2 ausgezeichnet ich glaub ich sagte hier wo man kritischen bereich landen muss ich glaube ja da gab es ein ähnliches noch für ventos muss irgendwie fünf mal irgendwie ganz kritischen bereich gehen und dann ja ich glaube mehrmals weil sie nicht sieben oder acht mal keine ahnung dann schaltet man diesen kommandos die frei hallo da habe ich ja kein trotz kopf oder dick stelle ab ist das gerade nicht so im rahmen meiner möglichkeit mit art war deswegen nicht ausgeben wahrscheinlich hier lernen so viel erst mal später mäckle 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 k Master Xehanort und Terra. Nein! Das ist absurde! Terra nie würde! Ich hoffe, mit all meinem Herz, dass du richtig bist über deinen Freund. Es gibt einige Dinge, sogar Star-Skeletten zu sagen. Wo ist er? Wo kann ich Terra finden? Terra. Terra's Herz führt ihn zu dem alten Keyblade-Grafger, wo die Wälder dieser Wehren einmal gewöhnt. Okay. Ich muss nach ihm gehen, und sehen, ob es wahr ist. Sei auf deinem Garten. Ich frage mich, was er damit meinte. Sie auf ihr Hut vor Meister Xehanort sein soll, oder vor Terra. Es wird ihre Reaktion erklären, nämlich. Terra, Ben. Please just be safe. I'll find a way to get you out of this. End. Profi... Groovy... Groovy... Groofy... Halloentown... Nenne ich ihn... Groofy... Donut... Nenne ich... Donut... Keine Ahnung. So, jetzt sind wir in der letzten Welt angekommen. er einen moment mal aufgefallen wir haben alle schätze ausgezeichnet dass wir wusste ja was dinge mehr dass ich habe da prozent da groß ich will da unten nach dingen sehen da ganz unten hat sie irgendwie das auge davon hat sieht aus wie hat auge von sehr nords schlüsselschwert hat und seinen griff gehört weiter er wird neue durch die nächsten zehn minuten ist mehr locker schaffen egal wie stark gegner sind und dann sind wir schon im nächsten part mehr vom finale dann muss ich wieder reinigen alle fertigkeiten lernen also muss ich nicht aber werde ich einfach machen weil warum nicht besten alle abschlusskommandos und so noch level und so da ist ein mickey zeichen übrigens man ja das riechen was also wenn es ersetzt das schwert wird wir mit ihr auswisten werden irgendwie bei ventus in diesem weißen schwert und ja wir sind wieder im letzten gebiet angekommen auch mit aqua mittlerweile keyblade gravia der schlüsselschwert friedhof oh gott meine man auch immer noch der beste letzte schauplatz in kingdom arts besser als die welt die niemals war oder das ende der welt ich meine jetzt nur so eine trübe atmosphäre musik und so kann man irgendwie nicht anders als weiß nicht miserabel zu fühlen natürlich noch das violin stück im hintergrund trifft auch ungemein das ist meine karte oder ja ja auf auf und davon war gegner klima ja noch klein alle am besten glaube ich war im letzten mal mit ventus man kann den dingen sowieso nicht so aus dem weg gehen selbst mit ventus gleitfähigkeit konnten wir denen nicht ausweichen also machen wir einfach ganz schnell als fettig haut und dann irgendwie schätze wahrscheinlich einsammeln alter warum täglich mit dem zweiten schlag ja die muss ja auch noch aufs geniale das kann man sich in so wenig ab der fischer könnte ja aufhören auf mich zu ballern wenn ich auf andere leute los geht skupte doch noch nicht wahr oder oder aus dapd mit schwertern wir haben kommen muss oder soll hat oder das ist nicht gut mal da wie schnell der holt ordentlich nicht gut ausgehen und aus dem boden daraus mit ihr vollkommen hilflos sei natürlich ja nicht verrägten sonst kann ich das gesamte grieb nochmal neu machen sind alle wirbel stürmen also warum ich nicht wenn ich das gerade am meisten braucht wie wenig abzieht oder wird hier nichts mit allen gegnern erledigen aber wir können aber ruhig ein paar heil dinge hinterlassen danke okay wo ist ich ja hat man müssen nur eingefroren wegen dem impuls oder weil ich verheilung danke da wird ja nichts mit hochleveln und wie lange das hier dauert dass ich hier durchkomme war und ziehe ich dann so wenig ab nicht mal mehr so eine glaskanone viel schaden aber wenn ich einstecken scheint nicht so zu sein wir können nix herstellen wir können vita und vita herstellen für habe ich jetzt ganz freilich heilkunde vollkommen nein oder auch im bieter nur so wenig heil ich meine das ist wieder aber trotzdem heilkund ich glaube das wird nützlich sein so gott da war nur einer kann er kommt mir brauche ich wieder gleichen kämpfe die freunde du wirst du heilung haben oder doch aus bieter wenn man der bieter hat uns verliebe ich das hier nicht zack zack genau so will ich das sehen genau die gleichen gegner jetzt ja auftauchen geil i do not approve of this auch damit oh god direkt also ihr blöden viecher lasst mich eine sekunde ja in ruhe bis da 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 zu spät war ab sie gar nichts auf den hand nehmen naja wenn man folge ganz aber auch ist dann ist ja stark also ich bin verwirrt war mir schon die ganze warum geht immer weiter weg ich hoffe den entgegen erläuft immer weiter und das war war gut aber du halt aufgrabbelt also ich glaube nicht dass es zweimal möglich ist während eines kampfe ist also zweimal hochleveln zwei solche sterne zu bekommen verwehr mich jetzt nicht so ich weiß gar nicht wo ich her kam jetzt ich will diese truhe ich werde diese truhe die mir diese truhe danke voll bedrohlich was haben wir denn hier noch kann ich irgendwas neues herstellen ratschlag ach kann ich jetzt endlich mal ding ist ja freige explosion überhaupt freige als person ausgerechnet war man ich mal gelohnt ja auch viel magie um das zu überleben folger ja ich habe noch eis und eis war ich bin jetzt gar kommen muss jetzt auch angriff hier gehen wird ihr schaffen will anmerkungen wenn ich mit terrier durchspiele gehen wir mal ein bisschen trainieren zwischendurch ich hatte auch keine möglichkeit zu trainieren weil da ich eine katze und also was haben die pferde bleiben ja was gesloten haben naja 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 ich bin jemanden ich habe kein ding ich dachte es wäre schon vorbei das habe ich ja nun mal die reingepackt nicht immer noch die schaden gefeiert und so ein blöden mist macht mir ich wollte sagen jetzt kommen die fische also direkt mich haben aber wir haben jetzt schattenspringer das ding bringt es nicht so gegen die fische ansatz für und seit mir alle gesloten das level 28 mit der menge hochläge 40 und 40 hochleveln weil ich sehr 40 ist so perfekte level so für ein endbaus finde ich ich meine man ist dann schon ein bisschen überlevelt aber was soll es bei uns hat feiert und was er das doch auch mal was aber auch frecken vielleicht nicht wie man hat ein springer auslöst war jetzt kommen wieder diese viecher jetzt hier schon wieder ausgedacht ehrlich ja das habe ich natürlich von überall wo ich verweite jetzt auf die viecher warum seid ihr eigentlich das load oder bin ich mit ein bock mehr gegen die viecher wenn ich schattenspringer rat habe damit kann ich nicht treffen habe ich so gefühlt ja ich kann dem ding so wie sonst kommt mal so so wenn haben wir ja noch den ganz donald machen wir dich weiter was wie magie eigentlich ist der perfekte die link für für aqua und darüber nachdenken und da ist direkt das dinge noch mal was warum also für mein ding recht ich verdrückte mich noch nicht mal ich tut er zu langsam das bringt nix aber echt nervige fische manchmal soja verdammt war ja aber ich konnte ja aufpassen was zum teufel schatten bringen es geht das mal sehen wir mal ein paar angriffen auch so jetzt wird ähnlich wie das die von vanitas der man sagt to slow ich habe weg teleportieren dann weil er nicht sein klo noch so für kurze zeit da ist schon dieser abgrund tief nervige angewandt oh gott ventus haben wir noch nicht doch wenn das haben wir schon immer terra wer hat kein vita aber was soll es über die fücher exkase immer gut werden irgendwie eine erklärung von einigen dieser dünner kommt hat genau die überhaupt machen wow oh mein gott jetzt nicht du bist ein bisschen zu groß die manche da ist ja ein stern für mich sein stiefel gott wenn ich jetzt hier feige wird getroffen was stimmt ich bin ich unbesiegbar in dieser blöden rolle jetzt feuer ist und das wird noch mal kurz hier schön jedes mal wenn ich jetzt am notgenichsten habe warum er das war schon ein springer war ja so ich hatte aus magica ich dachte so haben wir jetzt gleich alles ein tonal war ja noch sonst ist hier nichts ziemlich nur ein zweiter sticker so ja komm her man wollte ich auch noch fällig da ist auch wieder diese truppe erleben die schnauze mit kofi wenn er sein schild weg wäre und jetzt machen mich beide mit einfach fällig da wartet ihr kommt jetzt verdammt noch mal ja jetzt mal wenn ich die angreifte kommen diese blöden piecher und greife mich von an und sieht aus was den den also fein auch geil war voll ich als eindeutig nervigste gruppe von allen war ja stand springer auf den steinern habe ich die überhaupt nä war zweiter labs haben wir bekommen in dem fall auch nicht schlecht ehrlich das war aber alle aus hier gibt es da einfach nicht dieser ort war ja dieses oponent so strong daraus hier und da ist die truhe noch und dann sagen kann euch alles gewinnen weil ich wollte viele sachen jetzt hier hochgelevelt habe gar nicht drauf geachtet ja auch wenn ich auf screen mehr achten deswegen wird er jetzt nicht so schlimm bei level 40 ist ja auch egal ich wahrscheinlich nur ein bieter oder zum mitnehmen um es spannend zu halten oder so im letzten kampf sauer und da haben wir noch die letzten sticker im sommer auch noch on screen ein einmal wuff und wuff und wuff so dann würde ich sagen sehen wir uns der nächsten fall wieder wenn ich level 40 bin alle fertigkeiten habe abschlusskommandos ein bisschen hoch geballert habe weil es schauen jedenfalls werde ich vorbereitet sein im nächsten part und dann sehen wir uns in der nächsten folge wieder von let's play king of mars birth by sleep final mix wenn euch auch gut gefallen hat könnt ihr einen like ein abo ein kommentar oder sonst irgendwas hinterlassen denn dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten folge wieder ich bedank mich alles ich für die zuschauen bis zur nächsten folge Bis zum nächsten Mal.